Luxus leben ohne Geld, Kurt Mishtodden ist komplett blank Vollkommen pleite, Kurt Mishtodden, 23, sorgte 2011 mit ihrer Hochzeit für viele Schlagzeilen. Die damals 16-Jährige hatte dem 34 Jahre älteren Schauspieler Doug Hutchison, 57, das Ja-Wort gegeben. Seit dem vergangenen Sommer ist es mit der großen Liebe aber wieder vorbei, das Skandal Pärchen lässt sich scheiden. Unterhalt forderte die kurvige Blondine von ihrem Ex bisher nicht. Offenbar ein Fehler, ist komplett blank. Wie das Online-Portal Radar Online aus den Scheidungsdokumenten erfahren hat, soll die Celebrity Big Brother-Kandidatin nicht mehr in der Lage sein, ihre Rechnungen zu bezahlen. Laut dieser Unterlagen sind die Finanzen des Models tatsächlich absolut desaströs. Demnach habe sie unter anderem 1.000 Dollar im Monat für Kleidung, 500 Dollar für Restaurantbesucher und 300 Dollar nur für ihre Handtürrechnung ausgegeben und das alles bei einem monatlichen Einkommen von nur 2.500 Dollar. Darüber hinaus schuldet sie einem Inkasso-Büro noch eine einmalige Zahlung von 2.500 Dollar. Für ihre Geldprobleme macht die Schauspielerin eine aktuelle Auftragsflaute verantwortlich. Ob sie weiterhin keine finanzielle Unterstützung von ihrem Noch-Ehemann verlangen will, ist aber noch nicht klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017